Ja, Freunde, da bin ich wieder. Ja, sorry, dein Handy hat ständig vibriert und dabei kann ich da nicht zocken. Und was macht? Das ist gefährlich. Das ist verdammt gefährlich, was da passiert. Oh, Gottes Willen, die Sammler haben nichts mehr zum... Ja, es hat nicht getroffen. Scheiße. Die Sammler haben nichts mehr zu sammeln. Das ist natürlich richtig scheiße. Aber hier unten ist noch mehr, Freunde. Es ist nur sehr weit weg. Ach, du Scheiße. Drei Transportboote, ey, das ist so krass. Es ist so krass. So, dann, äh... Hä? Ja, genau, seht ihr. Dann sammelt ihr mal direkt die Edelsteine ein, bitte. So. Nein. Und ihr sammelt Edelsteine. Ihr sollt nur Edelsteine sammeln, bitte. Und erst mal auf die Sammler aufpassen. Das ist so krass. So. Nein. Hey. Die weigern sich echt die Edelsteine zu sammeln. Das ist so heftig. Das ist so... So riskant in diesem Spiel einfach nur, ey. So, dann... Alter, diese Artillerien. Das ist so krass, wie viel Schaden die an Gebäuden machen, ne? So heftig einfach nur. Und es leckt wieder ein bisschen. Riech nochmal gerade. Ja, geht aber. Geht. Die ist halb im Arsch. Oh, Mann. Egal. Ich bereite mich ja schon auf den Angriff vor, sozusagen. Und das war die letzte Jack jetzt erstmal. Und, äh... Ja. Brauche ich mal noch weiter. Vergiss es. Vergiss es, Freak. Das reicht nicht mehr für dich. Das reicht nicht mehr für dich. Okay. Alles klar. Sehr gut. Dann einfach weiter Panzer bauen. Ja, und... Zweite Waffenfabrik lohnt hier nicht wirklich. Weil... Ja. Das erste ist extrem weit weg. So. Aber währenddessen... Sammelt sich weiter mein Angriffstrupp. So, die Flax stehen alle noch. Das ist sehr gut. Und, äh... Die fünf Wanniken. Die fünf Wanniken. Die können wir hier die ganzen... Die ganzen Nerven in Transportbote platt machen. Genauso. Genauso. Alles klar. Dann schießen wir drauf. Hahaha. Der versucht jetzt mich anzugreifen. Der soll der versuchen. Die schießen auch nicht... Auch wieder nicht alle, ne? Der soll alle drauf schießen. Genauso. Ja, der soll der versuchen. Komm. Ich zerstöre die, ob du willst oder nicht. So. Genau. Na, die machen das schon von alleine. Die wissen schon, was sie zu tun haben. Ja, und das ist gut so. So. Okay. Alles klar. Schön weiter... Äh, erstmal reparieren. Erstmal reparieren wieder. Schritt für Schritt... ...bauen wir unsere Armee auf. Und das ist richtig gut. Noch ein paar Raketenwerfer. Weiter erforschen hier. Und... Also schaut euch mal, wie schnell das ist. Das ist doch so. Und ihr seht, der baut eine Menge Scheiße. Der Braune. Also der Braune ist wirklich in diesem Level... ...nicht zu unterschätzen und ein ebenwürdiger Gegner. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, äh... Soll ich noch einen Sammler bauen? Näh, ich glaub nicht. Ich glaub, das muss erstmal reichen, so. Mit den Sammlern. Guck mal, die Tesserspulen, die, äh... ...killen die Leute schon, bevor ich sie sehen kann. So muss das doch laufen. Ihr sollt hier oben hinkommen. Mensch. Ah, die kommen ja nicht vorbei. Das ist das. Verkauf mal die Mauern. Jetzt kommen sie vorbei. Alles klar. Sehr gut. Gut. Noch ein Raketenwerfer, bitte. Dann hab ich fünf Stück. Das muss erstmal reichen. Erstmal, um den hier Platz zu machen. So. Die Flugzeuge sind gruppiert. Sehr schön. Dann geht ihr mal auf die, äh... Kaserne, bitte. Der hat nämlich keine Flags hier. Das heißt, ich kann da in Ruhe mit, äh... Was zur Hölle? Jetzt kommt er mit Hubschraubern an. Ernsthaft? So, das Ding ist weg. Dann macht den Hubschrauber da oben im Arsch. Das nervt doch. Ja, super. Super. Tolles Zielwasser habt ihr getrunken. Wirklich, Leute. Und das nennt sich der Stolz der Roten Armee. Nee, 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 nee. Das geht doch gar nicht, ey. Aber der kriegt den... Oh! Um Gottes Willen! Puh, scheiße! Oh, du Penner! Oh, das kann ich mir doch jetzt absolut nicht leisten, noch einen Sammler zu bauen. Scheiß Borner, ey. Verdammt nochmal. Verdammte Scheiße, ey. Das kann ich... Ja. Schon kein Geld mehr. Aber ich verkaufe einfach die Mauern, dann kann ich die Produktion ein bisschen aufrechterhalten. So. Genau. Genau. Die brauchen wir ja nicht. Hier. Was, was, was? Ah, wir nicken. Okay. Alter Schwede. Man. So. Dieses scheiß Helikopter von dem, ne? Dreck Spawner, ey, wirklich. Ich hasse diesen Spawner, den der hat. So. Gut. Dann, äh, geht's mal weiter. Ja. Super. Ey! Das gibt's ja wohl jetzt nicht. Fahr mal hier oben hin, bitte. Lock den mal bitte in die Flak. Oh, es klappt nicht. Verdammt nochmal. Hm. Da ist mein Zeug der Sammler. So, was geht hier jetzt ab? Oh. Okay. Einfach mal drüber gefahren. Ja, super. Der fährt einfach in die Basis rein, ey. Wie, wie bescheuert kann man denn sein? So. Okay. Du fährst mal hier unten hin, bitte. Alter. Diese Artillerien hier. Verdammt nochmal. Pfff. Alter. Ja, jetzt ist das zumindest schon mal weg. Alles klar. Sammel das hier bitte auf. Das ist echt suboptimal jetzt gerade. Ich muss, äh, die Tester-Spulen reparieren. Ich wollte mich gerade in Sicherheit wiegen so ein bisschen, aber... Ah, das ist so heftig. Ist schon krass, was hier abgeht, ja. Spionage-Flugzeug. Komm. Und, äh, Fallschirm-Truppen. Alter, zwei Artillerien. Mach mal die Silos hier unten kaputt. Und die Bombe schicke ich mal da drauf. Oh, es leckt. Um Gottes Willen, es leckt wieder ein bisschen. Aber geht. Geht. So. Ah. Dann. Ja, lassen die sich killen. Alles klar. Und dann könnt ihr die Waffenfabrik mal kaputt machen. Ah, dieser, dieser braune Spieler, ey. So, und... Ja, haha, sehr geil. Okay. Immerhin ein Silo. So, dann. Und das ist weg. Sehr gut. Das ist schon mal weg. Ein nerviges Gebäude weniger, ey. Wirklich. So, Mauernachbau. Alter Schwede. Ja, das ist schon... Nicht ohne, aber ich speichere das mal zwischen. Weil nicht, dass der Truck sich jetzt entscheidet abzuhauen. Weil ich habe hier oben schon ein bisschen aufgedeckt. Das ist gefährlich. So, wo ist die Mauer? Wo ist die... Da ist die Mauer. Alles klar. Ich stelle ihn mal wieder auf. Ja, haha, genau richtig, ey. Genau richtig. So. Gut. Weiter, Panzer. Die sind noch vollständig. Dann könnt ihr jetzt mal die Raffinerie und Platt machen, ne? Stück für Stück reiße ich den uns auseinander. Weil, ja. Weil ja, genau. So. Hier oben muss ich gleich nachbauen, die Mauer. So, zack. Spionage. Schritt für Schritt, wie gesagt, mache ich das. Ah, es hat... Ernsthaft? Mit so vielen Flugzeugen reicht es nicht, eine angeschlagene Raffinerieplatz zu machen, okay. Was macht der denn da? Warum fährst du dich hier unten hin? Mann. So, Panzer. Hier hoch. Ich glaube, das reicht sogar schon. Haben wir. Ich habe ja die vier Silos hier stehen. Das reicht. Ich nehme jetzt mal den Trupp und greife mal an. Das kann ja jetzt nicht mehr wahr sein. So. Jetzt rücke ich mal vor hier. Und nicht immer nur du. Ja. Und die Flugzeuge... Ne, auf dem Bauhof. Das ist besser. Auf dem Bauhof, ja. So. Weg damit. Weg mit der Scheiße hier, ey. Wirklich. Hohohoho. 4 V2-Raketen in die Fresse bekommen, ey. Gefällt dir, ey. Ja, sehr gut, ey. Und der Bauhof ist fast platt. Sehr gut. Jetzt kommt... Tja, verdammt mach mal, ey. Verdammte Hacke. So, mein Handy macht gerade ein paar Faxen. Okay. Ah, ich habe kein Geld mehr. Ich weiß. So, rein da. Die Flugzeuge laden auf. Ich bin gespannt, wann wir die Mix kriegen. Weil die Mix, äh, sind viel besser als die Jags. Das sind halt so Jagdbomber. Naja, die schießen einfach Raketen. Und das ist richtig gut. Also die Mix. Die Mix sind richtig saugut. Saugut. So, ihr macht jetzt den Gnadenschluss für den Bauhof. Weg damit. Weg mit dem scheiß Stützpunkt hier, ey. Verdammt nochmal. Richtig nervig auch, ey. Und tschüss. Und hier unten noch die Raffinerie weg. Ah, ich merke schon. An der beißt ihr euch die Zähne aus, hä. Ist ein sehr anstrengendes Gebäude. Auf jeden Fall, ja. So, macht ihr die Verteidigung weg. Alles klar. So, dann kann ich ja währenddessen einfach weiter Panzer bauen. Oh, was hat der denn hier alles? Verdammte Scheiße. Das ist ja heftig, ey. Dass der hier alles auffährt. So, dann macht ihr mal hier oben die kaputt. Die fünf Männchen, genau. Und hier. Schießt der? Ne, der kann nicht so weit schießen. Da ist noch ein Bunker. Krass. Okay. So, dann. Und tschüss. Dann haben wir auch zack weg. Genau so. Ah, da ist das blöde Schiff da oben. Aber. Hier kann man ja drauf schießen, genau. Ihr fahrt mal bitte jetzt komplett da durch. Und zack, weg mit dem Scheißschiff. Genau so sieht's aus. Die Jax kümmern sich mit dem gleichen Atemzug um die Raffinerie hier. So. Sehr gut. Ah, das passt. Da, super, ey. Richtig gut. Der erste Spieler ist weg. Schon mal gut. Schon mal gut, ey. So. Jetzt haben wir hier unten zumindest schon mal Ruhe. So, was haben wir hier noch? Spionageflugzeug. Ah. Speicher das erstmal. So. Lasst euch nicht von dem abknallen. Seid ihr dumm? Ja, ich weiß. Ich beleidige meine eigenen Gefolgsleute. Aber das macht ja Stalin auch. Also von daher. So. Die Flugzeuge kommen. Die sind zwar nicht voll aufgeladen, aber ist egal. Die machen jetzt nämlich die ganzen Gebäude hier im Arsch. So. Schnellensweise die Silos hier. So, weg damit. Boah. Eine Rakete, zwei Silos. Das ist gut, ja. So, weiter Panzer. Weiter, weiter. Ja. Jetzt ist halt die Frage. Wie geht's weiter? Weiter geht's erstmal hier, indem wir hier die Sammler killen. Kannst vergessen. Der hat ja doch Sammler hier unten. So, dann spioniere ich mal hier aus. Weil das sieht auch echt extrem heftig aus. Und ich schau mal gerade, ob der... Ja, passt. Sehr gut. Ich muss immer wieder mal gucken zwischendurch. Es tut mir leid, aber... Boah. Aber es muss sein, weil die Aufnahme hat halt so komisch angefangen irgendwie. Weg damit. Sehr gut. So, der braune Spieler ist weg. Schon mal gut. Schon mal gut. So. Dann... Geht's mal weiter. Na, wieder kein... Killed, ey. Hä? Der... Der hat ernsthaft automatisch eine volle Edelsteinlieferung. Ah ja, hier. Sehr gut, ey. Gut gemacht. Ausnahmsweise mal wollen die Sammler... Edelsteine. Aha. Was versuchst du wieder? Weißt du was? Ich hab jetzt die Schnauze voll davon, dass er immer so viel Damage macht an meinen Tesla-Spulen. So. Was machst du da jetzt? Du hast eine normale Lieferung. Okay. So. Dann, Manikin, kommst du noch mit zum Trupp? Alles klar, dann stelle ich jetzt noch hier oben den letzten Flack hin. Okay, dann passt das. Sehr gut. Dann geh ich jetzt direkt mal weiter, weil... Ja. So. Und weg damit. Ja, sehr schön. Sehr gut, ey. So. Weiter geht's. Weiter geht's und fahr drüber einfach. Ja. Ist egal jetzt. So. Dann würde ich mal sagen, geh ich erstmal hier hin. Weil ich will noch nicht hier oben rüber gehen. Weil ich dann Schiss habe, dass der... Dass der Trigger sich aktiviert. Und da hab ich echt keine Lust drauf, Freunde. Ah, hier ist gar nichts. Okay. Ah, das ist eine komplette Insel. Okay. Gut. Ja. Ich glaub, alle Einheiten... Was? Ein Schlachtkreuzer! Ach, du Scheiße! Der hat hier Schlachtkreuzer stehen. Alter! Was? Ja, sehr gut. Der ist schon mal weg. Der hat hier Schlachtkreuzer stehen. Ich dachte schon, den Sound kennst du doch. Ja, der hat hier Schlachtkreuzer stehen. So krass. Ja, natürlich trifft er auch noch besser als meiner, ne? Damals. Ja, geh hier raus, komm. Geht hier weg. Geht hier weg. Der braune Spieler existiert noch. Und zwar hier oben. Oh, was? Jetzt kommt er auch noch mit Geschiss hier an. Alter. Ja, dann mach das weg, komm. Dann mach das weg. Aber nicht die Brücke kaputt machen. Gut. Jetzt hier den Gummipanzer weg. So, sehr schön. Sehr schön. Jetzt den nächsten Gummipanzer weg. Ah, Moment. Ich hab ne andere Idee. Ich mach hier... Ich fahr hier hoch und blockier mal den Weg hier oben. Für den Truck. Aber vorher speicher ich das. Oh, Alter. Ja, okay. So. Okay. Alles klar. Spionageflugzeug. Können wir da spionieren, bitte? Ui. Ui. Was? Oh Gott. Der Schlachtkreuzer. Oh. Shit. Das wollte ich vermeiden. Das wollte ich vermeiden, ey. Dass der jetzt hier die Brücke zerstört. Ja. Ah, scheiße. Das war doof. Das war dumm von mir. Das war dumm. Das war einfach dumm. Vor allem der Schlachtkreuzer von dem, der trifft ja auch so gut. So, ich stelle mal hier oben ein paar Männiken ab. Weil... Boah. Gott sei Dank. Fahr doch. Ja, Alter. So. Egal. Der Rest von Team 1 kommt mal wieder runter. Nein, nein, hallo. Der Bomber... Sie wählen. Pff. Okay. Was war das jetzt? Naja. So. Jetzt ist das... Da sind noch drei Männiken übrig. Ja. Team 1 muss sich zurückziehen. Ganz klar. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier weiter. So. Aber jetzt meine... Meine Verstärkung kommt jetzt hier hin. Der hat da echten Schlachtkreuzer sitzen, ey. Das ist krass. Aha. Da kommen seine scheiß Hubschrauber. Da kommen seine Dreckshubschrauber, ey. Wo wollen die hin? Was machen die? Ah. Ich habe jetzt vier Flags hier stehen. Vergiss es, Junge. Vergiss es, Freak. So. Weg damit. Sehr gut. So. Dann spionier mal bitte, was hier so ist. Hier oben. Da bin ich erstmal gespannt. Johoi, joi, joi. Also. Okay. Okay. Sehr interessant. Da kann ich ja mit ein paar Fallschirmiergern reingehen, ne? Ja, das geht auch. So. Ja, nicht schlecht. Keine schlechte Idee eigentlich. So. Letzte Raketenwerfer und dann kann ich auch schon wieder weitergehen. Theoretisch. Naja, ich brauche noch ein paar Panzer. So. Ja, der hat ja das zerstört, der Penner. Das dachte ich mir schon, dass er das tut, wenn ich es da versuche. Aber Moment mal, sind das vielleicht Bomben? Ne. Hier gibt es keine Bomben in Kisten. Das ist ja hier Alarmstufrot 1 und nicht 2. Ja, beziehungsweise Gegenschlag. Gibt es ja hier nicht. So, Team 1. Kriegst noch Verstärkung, Team 1. Jetzt noch 2 Panzer und dann gehe ich mal wieder los. Dann geht es mal weiter. Ja, genau. So, sehr interessant. Auf jeden Fall die Stelle hier. Pff. Keine Ahnung, wie ich da auch drankommen soll, ne? Ja. Ich glaube, muss man nicht unbedingt vernichten. Ne. Muss man nicht. So, hier werde ich mal meine Fallschirmjäger sammeln. Hier oben. Weil falls der Truck sich in Bewegung setzt. So, weil irgendwo hier gibt es nämlich noch einen Weg raus. So, Spionageflugzeug. Das kann man hier spionieren, bitte. So, irgendwo hier gibt es noch einen Weg raus. Und den will ich blockieren. Definitiv. Und, äh, die beiden Panzer kommen noch hier oben mit. Und dann haben wir erstmal wieder genug Durchschlagskraft. Alles klar. So, dann kommt ihr mal bitte hier runter. In Ordnung. So, dann, äh, passt das doch, denke ich mal. Ah, hier, seht ihr das? Hier ist noch so ein Weg. Ja, hier ist noch ein Weg. Ah, seht ihr? Aber lasst ihn erstmal da stehen. So, okay. Die sind da. Sehr schön. Dann speichern wir nochmal. Guckt nochmal, ob es aufnimmt. Der nimmt auf. Sehr gut. Okay. Dann geht's mal los hier. Der vermint die Brücke. Okay, raus hier. Der vermint die Brücke. Sobald ich das aufdecke. Okay. Und der kommt mit Hubschrauber. Oh, ne, ey. Keine Hubschrauber. Ich hab keine Luftwaffe dabei. Also keine Luftabwehr. Ja, komm, dann. Mammutpanzer, ey. Ja, dann. So, werd ich wenigstens. Okay. So. Ja, komm. Dann. Dann ist jetzt okay. Dann Angriff. So, die Verstärkung kommt nochmal hier hin. Alles klar. Dann geht's mal los. Ja, hier ist auch vermint. Und das meinte ich in der anderen Folge mit, äh, die Alliierten vermieden alles, ey. Das ist so schrecklich. So. Und der dumme Schlachtkreuzer da, ey. Wirklich. Egal. Mach das kaputt. Mach den Schrott hier kaputt. So. Das ist die Basis. Mach das mal im Arsch da. So, los jetzt. Das kann man hier hin. So. Oh, das ist heftig, was hier ist. Das ist krass. Schieß doch. Sehr gut. Okay. Da ist der Truck. Der wird sich in Bewegung setzen. Um Gottes Willen. Nein. Nein, Freunde. Oh. Äh. Ah. Okay. Gut. Alles klar. Boah. Das war jetzt, äh, heftig. Das war jetzt aber ganz schön knapp. Zum Glück hat der da noch, ist der da nochmal angehalten. Boah. 377 Einheiten. Ist das krass hier, ey. Ist das heftig einfach nur. Also, viele Punkte auf jeden Fall, ne? Mission 9. Ja. Und, ja, Freunde. Boah. Die Mission, die war schon spannend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, schon krass. So. Aber wir haben es geschafft da wieder. Wir haben den LKW gekillt. Und, wir mussten gar nicht alles vernichten. Genau. So. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal mit der nächsten Mission, wo es nach Südfrankreich geht. Bis dahin. Bis dahin.